Warum ist diese primitive so geil? Du gibst mir gerade so Lehrerin-Vibes mit der Brille. Ist das normal, dass ich dabei einen harten krieg? Du musst ja erstmal düngsen, ne? Hast du da einen Ständer, wenn du die vier GTRs hier siehst? Freunde, wir befinden uns mal wieder am A** der Welt in Geiselwind. Und was geht hier genau? Tuning-Treffen. Das ist es einfach. Diesmal mit Verstärkung. Siki. Und Leonardo Tornado. Ich schwöre es dir, ich wusste vor ein paar Stunden nicht mal, wo wir hinfahren. Du hast gesagt, wir fahren nach Bayern. Wir sind in Bayern. Guck, da ist eine bayerische Hütte. Harte Nippel. Bist du auch auf ein Tuning-Event? Nee. Grüß Gott, die Dame. Ich bin der David, hallo. Hallo Original, Digga. Hallo Original. Ja, Freunde, da sind wir. Geiselwind, Limitless. Es geht los. Was zum Henker geht hier ab, Alter? Was geht? Grüß Gott, die Dame. Alter, ihr seid bitte spät. Es geht jetzt erst los. So sieht es nämlich aus. Halt die Fresse. Die Lokomotive ist zurück. Was geht ab? Die Lokomotive ist zurück, Bruder. Was geht? Ich habe dich vermisst, mein Schatz. Die Grünen lieben diesen Trick. Ey, pass mal auf, Mann. Das geht ab, alles klar. Willst du heute noch was performen? Ja, ich will mich verarsen, Mann. Digga, was ist hier los? Ich sage mich was Leisteres. Simson Tuning auf komplett A** oder was? Ja. Wie geil aus. Heilige A**, Digga. Was sehe ich hier gerade? A**. 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 Wie fahren wir heute noch mit? Verspreche ich es mir? Versprochen und wird nicht gebrochen. Du gibst mir gerade so Lehrerin-Vibes mit der Brille. Ich bin ja auch eine Lehrerin. Das weiß nur niemand. Irgendwo da vorne höre ich es wieder knallen. Ja, gib es mir, Digga. Warum ist diese primitive Sch**te so geil? Boah. Guckt euch das Teil an. A**. Du hast hier was verloren. Dankeschön. Bitte. Genau meine Grüße. Digga, das ist einfach ein Flammenwerfer auf vier Rädern. Shoutout geht raus. Ich bin David. Sehr sympathisch. Hier, Honda NSX, Alter. Auch komplett kranke Kiste. Alter, ist sie laut. Bruder. Das hier ist wirklich das Schlaraffenland. Für jeden, der Autos und Motorräder liebt. Oh, Alter. Was für ein geiler Golf, ey. Geile Kiste. Junge, ey. Guckt euch das Teil mal an. Komplett leergeräumt. Fette Felgen drauf. Kann mir gar nicht vorstellen, dass das legal ist. Ey. Der Mann der Stunde. Gut schaust du aus. Ich liebe dich. Ich liebe dieses Event. Danke für die Einladung. Gerne. Jo, was geht ab, Digga? Geile Karre. Was ist das für eine Hupe? Ey, alles klar, Digga. Wie lange eskalieren hier? Es gibt nur einen Gas. Vollgas. Ja. Das hört sich an wie Durchfall. Ja, let's go. Let's get up. Junge, hier hört sich die Karre geil an. Zehnzylinder-Power, beste Bruder. Alles klar. Ja. Die Karre. Die Karre. Ihr wisst, ich bin Carbon-Fetischist. Und das Ding ist einfach komplett Carbon. Und klingt dazu auch noch gut. Digga, ich feiere dein Auto so übel. Ich liebe Carbon. Ich auch. Sollen wir jetzt oder später rummachen? Ich gebe meine Nummer. Du rufst mich an, was immer du rufst. So gut. Alter, das wird romantisch. Junge, was ist das, Alter? Selbstgebautes Kart mit Rasenmäher im Motor. Das kann nicht wahr sein. Digga, ist die Auspuffanlage da aus Abflussrohren zusammengebastelt? Hashtag Hose runter. Wie viel PS hat das Ding? 10 PS. Ist das mal voll. Gerne. Junge, was zum F*** ist das hier? Ich hab keine Ahnung, du kannst. Warum setze ich mich jetzt hier rein? Warum mache ich das? Ach, du Sch***er, Alter. Der Motor ballert mir hier so behindert in den Rücken rein. Junge, ich werde heute noch sterben, wenn ich so weitermache. Boah, die Bremsen sind auch komplett hier Hüllenmenschen. Was geht ab, Digga? Ja! Die Karre! Die Karre! Ja, 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 ja. Macher, Digga, Macher! Achtung, Achtung! Boah, die läuft mir da direkt vor, das Ding, Alter. Dann wäre Himmelschnellfett, der will sich einfach nur umbringen, Alter. Möchtest du wen grüßen? Einfach meine ganze Familie und Freunde. Ehrenmann. Kuss geht raus. Danke, dass ich fahren durfte. Alter! Boah, Digga, ist das laut. Was ist in Bayern los? Dreck! Genauso gefällt mir das. Jetzt sag mal, Gaskin. Darf ich? Ja. Das gibt's nicht, Alter. Ich darf jetzt auch mal ein bisschen Fehlzündung machen. Junge macht das Spaß. Digga, du bist ein absoluter Ehrenmann, dass ich das gerade machen durfte. Gänsehaut an Ei. Digga, ist das normal, dass ich dabei einen harten krieg? Wenn's tropft, mach's richtig. Hey, Laura, Alter! Jetzt musst du performen! Oh, was kommt denn hier entgegen, Alter? Lamborghini! Alles klar, Digga? Willst du mal Soundcheck geben? Alter! Der Ohrenschmalz hat vibriert. Geiler Typ, viel Spaß euch noch, gell? Stopp! Stopp! Du bist doch besoffen. Stopp! Meine Lieblingslehrerin. Ich war ganz unartig. Ich muss nachsetzen. Oh, no, no. Sieht euch das mal rein. Eine Reihe GTRs. Holy S***, ey. R35, 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 R35. Ich hoffe, der kriegt eine Menge Geld für den Job, den er gerade macht. Hast du Bock? Worauf? Fehlzündungen ins Gesicht zu bekommen. Nein, eigentlich nicht. Habt ihr Bock auf Eskavation? Ja! Hey, 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 hey! Alter! Juge, was zur Hölle? Digga, was ist das hier? Was sehe ich hier, Junge? Digga, da kommen grüne Flammen raus. Heilige S***. Boah! Was zum F*** habe ich hier gerade gesehen, Alter? Was habe ich hier gerade gesehen? Juge, meine Ohren. Was? Was? Hast du da einen Ständer, wenn du die vier GTRs hier siehst? Ich habe ihn, Junge. Oh mein Gott! Jo, was geht's? Ich habe da einen Kandidaten, der sich die Beinhaare wegbrennen will. Sag mal, hinter mir, da hast du reichen. Ich glaube, Olli weiß noch nicht, was ihn erwartet. Zieht er sich die Hose aus. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Junge, noch mal, komm, noch mal. Das tut will, Digga. Junge, die sind alle weg. Alter! Junge, du bist so ein kranker Typ. Das gibt's nicht. Riech mal. Oh! Riech du mal. Digga, riech mal da dran. No joke, das stinkt so eklig. Geiler Typ. Das andere fehlt noch. Flambier die Beinhaare. Flambier sie. Ja, komm, ran da, ja. Alter, das war richtig übel. Komm, lass ihn dann riechen. Junge, das stinkt so scheiße, aber. Macher. Ey, wollt ihr mal riechen? Oh, geil. Du müsstest mal richtig brennen sehen. Richtig brennen. Oh, mein ganzes Bein, Alter. Vielen lieben Dank. Du hast nicht zu viel versprochen. Es ist einfach wieder ein Fiebertraum. Ein Fiebertraum mit vielen Psychopathen hier, die uns umgeben. Einfach nur schön. Komm mit. Ich glaube, die machen gerade Ref-Battles. Ja, let's go. Alle drehen durch, Alter. Junge, was passiert hier? Das ist alles nicht mehr real. Oh, er kriegt das ganze Gummibli ab, Alter. Ja, let's go. Die Karre. Die Karre. Ja, Alter. Macher. Jiga, das kann alles nicht wahr sein. Junge, Joy kriegt gleich einen epileptischen Anfall, Alter. Oh, die Karre fliegt gleich. Die fliegt gleich. Junge, der Reifen platzt gleich. Ja, hey, 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 hey. Was zum ... geht hier ab. Jiga, das ist nicht normal. Alter, ist das laut. Das hört sich wirklich an, als würde hier einer mit einer AK rumschießen. Zieht euch diese geile ... rein. Alter, was ist das hier? Was stehst du hier so rum, so einsam? Weißt du, wie soll ich das anzustellen? Zu mir. Musst du ja erst mal dingsen, ne? Also ... Erst mal dingsen, ja, ja. Ja, erst mal ... Ja, klar. Ich bin hier Sugar Daddy. Junge, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich hab das genau gesehen. Die hat dir gerade auf den Schwanz geguckt. Ich hab das gesehen. Schon wieder. Digga, Film, ich ... Du bist ne Gude. Ihr seid ... Ich hab ne Frage. Dürfte ich deinen Auspuff in der Lese? Du kannst dran lecken, wenn du willst. Darf ich mal beides? Oh, hey. Oh, und? Ich weg ... Ich weg rüber. Ja, reine. Wunderschön. Mach mal. Alter. Im Tandem trifft er rum. Heilige ... Es geht, alles klar. Geht in den Brottenkopf aber auch. Freust du dich so sehr, mich zu sehen, dass du abgespritzt hast? Ja, das ist ... Oh, du komm, ich komm. Geiler Typ. Foto mache. Ja, klar, gerne. Boah, ist das ein ... Teil. Freunde, zieht euch das rein. Drifter hier auf komplett behindert umgebaut. Hinten schon mit Kabelbindern gefixt, weil er da einmal die Mauer geküsst hat. Junge, Junge, Junge. Digga, was ist das hier eigentlich? Wie viele Mädels hast du da abgeschleppt? Geil, Junge, was raucht hier so? Was machen die hier? Das ist alles nicht real. Habe ich irgendwie Pilze gefressen gerade im Wald? Wo kommt der Roller jetzt plötzlich her? Digga, das ist nicht das reale Leben. Wir sind in einem ... Spiel.